Kannst du Schuhe binden? Natürlich. Komm mal her. Setz dich mal hier hin. Abs. So. Was soll ich denn da dran binden? Die haben doch gar keine Schnürsenkel. Aber schön sind die Schuhe. Sind die neu? Nee, die hab ich schon fünf Jahre. Fünf Jahre? Bist du mit denen auf die Welt gekommen? Du bist lustig. Sag mal, wie heißen du eigentlich? Cheyenne Blue. Cheyenne Blue? Das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Meine Mama ist Schauspielerin. Und die Schauspielerin darf den Kindern keinen normalen Namen geben. Aha. Und dein Papa ist ja auch Schauspieler? Nein, das ist ein Arschloch. Und jetzt hat deine Mama bestimmt genug von den Männern, stimmt's? Meine Mama sagt, von Männern kann man nie genug haben. Mhm. Sie hat jetzt ganz viele neue, bestimmt hundert oder tausend. Ach. Und wo kriegt sie die alle her? Aus dem Theater, wo sie arbeitet. Sie sucht sich eins aus und bringt den Macht aus. Die klingt aber sehr nett, deine Mama. Aber Frühstück kriegen wir bei uns nicht. Noah, ich krieg Frühstück. Das ist ja auch gut so. Also Newton und wir alle anderen mit der Doppelgückigen. Vielen Dank.